Was macht ein Steirer in meiner Heimat? Mit seinem Linzerpartner Street Food. Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuce, de toda parte de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico. A la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los mejillas en Vega Baja. ¡Que gocen! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, tan presente. Aquí lo canto mi gente. Und wann seid ihr wieder in Graz? Vom 2. bis 5. Juni werden wir uns am Camelitaplatz in größerer Menge sammeln. Ungefähr 55 Aussteller werden in Graz sein. Da werden wir internationale Straßenkulinarik in Graz anbieten.